Junge, ich kann es kaum erwarten, einen von Ihren berühmten Shakes zu schlürfen, Herr Frostbecher. Mehlshakes kennt ihr ja, aber noch nicht diesen da. Ich habe irgendwie Lust bekommen auf einen leckeren Mehlshake. Und wir wissen ja, bei Spongebob gibt es sogar einen Mehlshake-Laden. Und damit wir an unsere Mehlshakes kommen, müssen wir natürlich so ein Laden erstmal bauen. Aber wie geht denn das? Das zeige ich dir heute in diesem Video. Von daher, schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Zuerst holen wir uns mal ein bisschen Beton raus. Da einmal rosa, magenta und blau. Dann holen wir uns noch glatte Steinstufen raus. Gewachste, geschliffene Kupferstufen. Bitte darauf achten, dass die wirklich gewachst sind, sonst werden sie irgendwann mal Turkis. Dann holen wir uns noch die Pupursäule einmal raus. Davon die Treppen und Stufen begleiten uns. Und die Birkenknöpfe. Wir legen dann erstmal los, uns den Grundriss zu zeichnen. Dabei machen wir uns so einen leichten Kreis einmal. So, auf der Seite haben wir immer fünf Blöcke. In den Ecken einen Block. Und so können wir uns das hier einmal erstmal ringsherum ziehen. Sobald das denn erledigt ist, wollen wir das Ganze auch natürlich noch in die Höhe setzen. Insgesamt wären das elf Blöcke. Ich zähle unten noch einmal mit. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann wollen wir natürlich den ganzen Bereich hier einmal nach oben ziehen. Sobald wir das denn alles hier einmal nach oben gesetzt haben, nehmen wir jetzt einmal unseren Magenta-Beton. Ich fange am besten, ja, jetzt kommt es drauf an. Wo ist deine Vorderseite? Such dir jetzt eine Seite aus, wo wir fünf Blöcke haben. Da gehst du dann auf die linke Seite. So, dann schlagen wir jetzt von dem Fünfer hier die ersten zwei weg. Und die nächsten zwei schlagen wir auch nochmal weg, sodass wir hier vier Blöcke frei haben. Die tauschen wir jetzt einfach mal aus durch unsere Magenta. So, da machen wir jetzt so, dass wir das immer wieder ein bisschen versetzen. Das heißt, wir gehen immer von der einen Seite ein weniger hin. Und auf der anderen Seite setzen wir einfach ein mehr ran. So formen wir uns das jetzt einfach mal zurecht, bis wir wieder ganz oben angekommen sind. Und wir achten immer darauf, dass wir mal vier Blöcke insgesamt haben. Und das wollen wir dann hier Schritt für Schritt ganz in Ruhe einmal nach oben ziehen. Okay, jetzt komme ich hier schon einmal ganz oben an. Dann wollen wir natürlich die nächste Magenta-Reihe ziehen. Jetzt gucken wir einfach von unten einmal. Da lasst jetzt wieder vier Blöcke Platz. Und dann wieder eins, zwei, ups, zwei, drei, vier. Gut, dann auch hier wieder der nächste Schritt. Das wird das dann auch wieder einmal nach oben ziehen. Dann machen wir es natürlich noch ein weiteres Mal. So, jetzt gucke ich hier wieder vier Blöcke Platz lassen. Dann setze ich mir hier wieder meine vier einmal rein. Und ich glaube, dann sollte das auch passen hier mit denen hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das geht auf. Gut, dann müssen wir natürlich nur noch die letzte Strebe hier wieder einmal nach oben ziehen. Wenn wir das einmal hier überall so hochgezogen haben, gucken wir uns das nochmal kurz von der Seite an. Jetzt sollten wir hier diese schöne Milchshake-Form haben von unserem Becher. Wenn das soweit ist, nehmen wir jetzt einmal unseren blauen Zement. Und wollen natürlich jetzt auf der Vorderseite unseren Eingangsbereich machen. Und zwar, wir haben ja hier immer fünfmal Flächen. Da schlage ich mir jetzt einfach mal so einen 3x3 Durchgang einmal rein. Auf der Vorderseite setze ich mir dann hier an den Seiten einfach mal viermal unseren Beton. Lass den oben dann auch noch einmal so überstehen. Für den Innenbereich kommen wir noch. Ihr könnt aber gerne euch schon den Boden einfüllen. Einfach lila wie weißen Beton nehmen. Soll ich so ein Kachelmuster machen, dann kommen wir auf die genau gleiche Bodenfarbe. So, aber da sind wir innen drin noch nicht so weit. Wir gucken nochmal kurz von außen. Und zwar nehmen wir einmal unsere Kupferstufen. Die wollte ich mir dafür nehmen, dass wir an den Seiten nochmal ein paar Fenster machen. Machen wir natürlich nur auf der Vorderseite. Rückseite lassen wir es erstmal so offen, dass wir hier uns natürlich das Meer so benutzen können. Diese Fläche zur Einrichtung. Gut, dann haben wir das soweit fertig. Dann gehen wir jetzt einmal nach oben. Und zwar können wir jetzt auf unserer nächsten Ebene hier einmal eine komplette rosane Betonschicht machen. Die aber nicht nur einfach so raufsetzen, sondern auch gleich einmal überstehen lassen. So, ich fliege hier nochmal rum. Guck nochmal her. Guck mal, hier müssen wir noch überstehen lassen. So, wunderbar. Dann nehmen wir uns gleich mal unsere glatten Steinstufen und setzen die jetzt einfach mal unter dieser Reihe einmal an. Wenn wir denn die Stufen unter platziert haben, fliegen wir einmal auf unser Deckel rauf. Nehmen unsere Kupferstufen. Und zwar suchen wir jetzt hier die Mitte raus. Die Mitte hier oben befindet sich, ja, sag ich mal so ein 3x3 Kasten. Eigentlich reicht es zu finden. Gucken wir mal, jetzt haben wir noch hier vier Blöcke. Hier vier Blöcke. Jo, geht alles auf. Überall vier Blöcke. Gut. Dann formen wir uns jetzt hier so ein kleines Pluszeichen einmal hin. Darauf setzen wir jetzt dreimal unsere Pupulsäulen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ist ja ein bisschen spielgefährleistet. Den Strohhalm lassen wir mal, würde ich mal sagen, zur linken Seite. So abgeknickt. Da setzen wir jetzt so ein paar Treppen rauf für den Knick. Daran wieder eine Säule. Und dann formen wir uns daran nochmal so einen Block. So, das ist schon mal der Strohhalm. Wir haben aber noch einen zweiten Strohhalm. Und zwar an der Seite. Da gucken wir genau von der Seite. Und zwar lassen wir jetzt hier von den Stufen zwei Blöcke so Platz. Zwei Säulen hin. Treppe unten ran. Stufe auf diesen Block. Darauf dann drei weitere Blöcke. Und dann machen wir oben nochmal ein Pupulblock. Oder statt einen Block nehmen wir lieber eine Stufe. Ich glaube, das sieht besser aus. Gut. Dann kommen wir natürlich nur noch zu den Knöpfen, die wir verwenden wollen. Einmal bei unserem Vordereingang setzen wir die einmal ringsherum. Und dann nochmal oben bei unserem Deckel platzieren wir die jetzt, sage ich mal, auf der Fünferfläche. So, dass wir hier immer einen Block dazwischen Platz haben. Und das zieht sich dann hier aus so weit, dass wir immer so einen Block Platz lassen. So, und dann ziehen wir das hier ringsherum. Sobald wir es dann geschafft haben mit unseren Knöpfen, wird es Zeit, mal wieder neue Blöcke rauszuholen. Und das sind jetzt auch die letzten aus der Kiste. Und wirklich sehr übersichtlich. An sich behalten wir immer noch rosa und magenta Beton. Holen jetzt natürlich noch Glasscheiben raus. Man kann auch gerne Blöcke nehmen, wenn man möchte. Und dann noch ein paar Quatschstufen. Und zwar wollen wir jetzt innen drin uns, ja, die innere Fläche noch ein bisschen machen. Und zwar sind ja unsere Fenster noch ein bisschen offen. So, das wollen wir natürlich ändern. Meine Fehlungen sind Glasscheiben, aber nicht jeder ist ja Freund davon. Von daher kannst du ja dann auch Blöcke nehmen. Denn wir wollen ja jetzt, sag ich mal, weil ja die Fenster natürlich so sind, dass wir die natürlich nach innen bauen müssen. Müssen wir sie innen drin noch ein bisschen dicker bauen. Daher habe ich mir nochmal meinen Beton genommen. Und passt mir das hier innen drin nochmal an. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man hier die Wandfarbe hat. So, was haben wir hier? Hier unten haben wir wieder magenta. Und oben haben wir komplett hier den rosa nennen. So. Gut, dann nehmen wir natürlich noch unsere Quatschstufen und wollen natürlich hier oben noch die Decke einmal reinsetzen. Einfach dann hier oben an den Block einmal ran. Und dann ziehen wir hier das Eimer zu. Ihr seht ja ganz gut, ihr habt ja hier oben auch noch genug Platz, wenn ihr euch hier noch ein bisschen was einrichten wollt. Könnt ihr das immer gerne machen. Aber somit sind wir dann hier erstmal innen drin fertig. Und dann müssen wir uns natürlich noch ein bisschen dekorieren. Dafür gehen wir natürlich kurz einmal rüber hier zu unserem anderen Milchshake. Und da fällt uns auf, die Schrift müssen wir auch noch aufbasteln. Da verlinke ich dir noch gerne mal ein ABC-Tutorial für Banners. Dass du dir die Buchstaben halt auch machen kannst. Einfach Milchshake draufschreiben, wenn du möchtest. Und dann ist der Laden damit auch von außen fertig. Dann wollen wir natürlich einmal reingehen. Und hier habe ich mir was Tolles überlegt. Ich habe wieder eine Schiebetür mehr gemacht. Weil ich fand das irgendwie doof. Weil bei Spongebob war die Tür komplett offen. Da war gar nichts. Keine Tür, irgendwas. Und das mag ich manchmal nicht. Also von da habe ich mir gedacht, mache ich hier eine kleine Schiebetür hin. Und das Verhältnis passt ganz gut. Weil ich habe jetzt hier eigentlich Mauern genommen mit Glasscheiben. Und wenn die, sage ich mal, das Glas wegmachen, dann werden die sowieso ein bisschen kleiner. Und dann passt das so wirklich wie so eine Schiebetür. Aber wie macht man sich denn so eine Schiebetür? Verlinke ich dir auch noch mal gerne das Video. Weil das ist ein bisschen umfangreich. Weil da muss man so eine kleine Animation immer machen. Habe ich mir die Technik unten immer verbaut. Nimmst du mal die Strukturblöcke. Die speichern immer so ein Bild ab. Und dann musst du die noch versetzen und so. Naja, ein Thema für sich. Von daher habe ich das mal in einem extra Video gemacht. Verlinke ich dir einfach mal. Aber dann wollen wir natürlich noch mal kurz auf die Details eingeben, was man sich da innen machen kann. Und das ist gar nicht mal so schwer, sich das hier zu machen. Ich habe hier natürlich einen kleinen Tresenbereich gemacht mit einer Kasse. Und natürlich eine Milchsteigmaschine. Dafür habe ich einfach mal Tropfsteiger genommen. So als Rührer, den du hier machen kannst. Und wir haben ja wirklich Milchsteigs. Es gibt ja einmal hier diese Pulverschnee einmal, die man ja, sag ich mal, hier verkaufen könnte. Na, als Milchshake. Oder an sich halt Milcheimer. Das wäre ja dann das Klassische, was man sogar trinken kann. Ja, Produkte gibt es dann auch hier zum Laden. Finde ich ganz toll. Und so eine Milchsteigmaschine. Ich glaube, wenn man die hier sieht, dann ist sie auch relativ übersichtlich. Ihr könnt natürlich die Blockfarbe komplett ändern, wie ihr euch eure Milchsteigmaschine machen sollt. War ein bisschen schwierig, die auch hier so reinzubasteln. Denn auf der Maschine war noch so ein kleines Eis abgebildet und so. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Quarztreppen genommen, um das so ein bisschen darzustellen. Aber ich glaube, das Verhältnis passt ganz gut jetzt hier zum Größenverhältnis hier zu unserem Milchshake. Da geht das Ganze. So einfach und schnell kommt man also an einen Milchshake-Laden an. Jetzt kannst du dich natürlich gleich hinter den Tresen schwingen und ein paar Milchshakes mixen. Deine Freunde werden begeistert sein. Und wenn dir das Video natürlich wie immer gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Anderfalls war es das Video heute. Ich bedanke mich immer für's Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao.